Hallo, ich bin Nico von der Ikonenschmiede und ich zeige bildenden Künstlern, wie sie mit authentischer Selbstvermarktung endlich erfolgreich ihre Kunst verkaufen. Herzlich willkommen zum Kunstverkaufen-Podcast, dem Podcast, bei dem du als bildender Künstler endlich verstehst und lernst, wie du erfolgreich deine Kunst vermarktest und schließlich auch verkaufst. Und in dieser 152. Episode des Kunstverkaufen-Podcasts werde ich dir die drei Gründe zeigen und nennen, weswegen du deine Kunst nicht verkaufst. Das sind meistens immer diese drei Gründe. Es ist egal, ob Autodidakt oder eben auch Akademiker. Es ist völlig egal. Es sind immer diese drei Punkte und es fällt mir eben auch in der Arbeit mit vielen Künstlern jetzt schon auf, dass sich sowas eben wiederholt. Und dann dachte ich mir, heute werden wir das mal im Detail ansprechen. Es werden auch Begriffe auftauchen, die dir bereits bekannt sein sollten aus diesem Podcast, aber wir werden ein bisschen tiefer bohren, damit du eben dann auch verstehst, was du zu tun hast. Also es sind drei Punkte und am Ende wirst du dann auch noch erfahren, wie du das Ganze skalieren kannst. Bedeutet, wie du eben mit bezahlter Werbung dann noch mehr Menschen erreichen kannst, um deine Kunst zu verkaufen. Da machen wir jetzt gerade einen sehr, sehr interessanten Test mit einer Künstlerin aus der Ikonenschmiede Akademie und sie hat nach circa zwei Wochen jetzt schon die erste Anfrage bekommen auf ihre Facebook-Werbung, die pro Tag 5 Euro kostet. Wer hätte das gedacht? Also gar nicht so teuer. Deswegen lass uns gleich beginnen, dann können wir auch am Ende nochmal drauf eingehen. Also der erste Punkt, der erste Grund ist, die meisten Künstler haben keine Intention. Jetzt stell dir mal vor, du gehst zum Friseur und hast gar keine Intention. Sagst deinem Friseur, mach mal, was dir so einfällt, würdest du wahrscheinlich nicht tun. Du gehst auch zum Einkaufen mit einer gewissen Intention. Du kaufst entweder Lebensmittel oder Waschmittel oder was auch immer. Du hast immer eine Intention. Ohne eine Intention in eine Situation reinzugehen, ist eigentlich grob fahrlässig. Man weiß ja eigentlich gar nicht, was auf einen zukommt. Man kann sich nicht so wirklich darauf vorbereiten und lässt einfach den Zufall irgendwie entscheiden. Komischerweise ist das eben auch in allen Branchen völlig normal, dass man mit einer gewissen Intention auch auf den Markt geht. Man hat ein gewisses Problem beispielsweise bei einem Kundenstamm entdeckt, dass man besser lösen kann als jeder andere und entwickelt dann eben eine Lösung, die auch eben langfristig profitabel ist. Bei dir als Künstler ist es noch viel, viel besser, weil du kannst ja das Produkt immer wieder verändern. Deine Kunst an sich ist ja letztendlich Werbung für deine Ideale. Es geht ja auch darum, wofür du stehen möchtest und welche Wirkung sich eben auch durch dieses Kunstwerk beim Kunden auch entwickeln sollte. Also die Frage ist, warum mache ich diese Kunst? Stellen sich die meisten nicht. Auch in der Akademie ist es meistens eben genau dieses Versteifen auf die Technik. Also da ist dann die Intention die Technik, also das Handwerkliche. Wenn du Akademiker jetzt bist oder eben sehr lange schon in dieser Kunstbranche, dann muss dir doch auffallen, dass es nicht zwangsläufig nur um die Technik gehen darf. Ja, und dann geht man trotzdem mit dieser Intention ran, dass man möglichst originelle Kunstwerke schafft, die möglichst sich vom Rest abheben. Also mehr dieses, ja, irgendwie aus einem Mangelbewusstsein heraus, wenn man das Gefühl hat, wenn man einfach nur seiner eigenen authentischen Stimme folgt und seinen Themen folgt und den Ausdruck verleiht, man vielleicht nicht gut genug sei, um die Aufmerksamkeit zu erhalten, die man sich vielleicht wünscht. Dem ist aber nicht so. Die Technik, die Technik passt sich immer der Intention an, ja, immer. Und die Technik ist letztendlich nur dein Werkzeug, um der Intention eben Ausdruck zu verleihen. Ob das jetzt Tanz ist, ob das Malerei ist, ob das jetzt Bildhauerei ist, ist an der Stelle völlig egal. Das ist dir überlassen, ne, deiner eigenen persönlichen Ausrichtung, deiner technischen Ausrichtung. Aber es ist wichtig, mit einer Intention daran zu gehen. Du setzt dich ja auch nicht einfach nur an die Leinwand und sagst, mal schauen, was aus mir raussprudelt. Das ist ein sehr, sehr seltsamer Prozess, der dann irgendwie losgetreten wird und den hat man erstens nicht unter Kontrolle. Klar, ich weiß, Kreativität ist schwierig in Zaum zu halten, aber es ist immer besser, mit einer gewissen Intention auch in so eine kreative Arbeit einzugehen. Genauso wie ich das hier jetzt auch mit dieser Arbeit hier mache. Das, was ich dir jetzt erzähle, habe ich im Stichpunkten schon vor meinen Augen. Aber letztendlich, die Formulierungen werden einfach kreativ auf den Punkt genau jetzt eben auch so formuliert, damit das halt auch gut rüberkommt. Das bedeutet, ich brauche einen gewissen Rahmen. Ich kann jetzt nicht einfach über Themen sprechen, die dich nicht interessieren. Es geht darum, natürlich mit einer Intention reinzugehen. Also, was kann ich, was will ich machen, was interessiert mich? Und vor allem, wen könnte das interessieren? Also, für wen und vor allem, zu welchem Zweck, welche Wirkung soll dieses Kunstwerk haben? Um das jetzt mal runterzubrechen, Kunst hat die Aufgabe, Menschen dazu zu inspirieren, sich an ein Ideal beispielsweise irgendwie zu orientieren. Es sollte die Ideale darstellen, die wir leben könnten und sollten beispielsweise. Oder positive Veränderungen inspirieren im Menschen, dass er vielleicht an was Schönes denkt. Oder irgendwie eine gewisse Atmosphäre sich im Raum breitmacht. Es ist aber ganz, ganz wichtig, dass man sich im Vorfeld bewusst wird, welche Wirkung möchte ich erzielen? Sich diese Wirkung auch vorzustellen und dann auf Basis dieser Visualisierung dann auch zu Beginn, Kunst zu schaffen. Weil dann entsteht das ja genau aus deiner Seele heraus. Das ist ja nichts Rationales, das du dann irgendwie auf Leinwand bringst. Das geht ja auch gar nicht, sondern du beginnst mit einer Vorstellung, einem Ideal, einer Situation, die du dir gerne wünschst. In der sich eben dein Kunde vor deinem Kunstwerk vielleicht in sein Sessel setzt und dann seine Gedanken komplett abschweifen von seinem stressigen Tag. Und er sich an die Dinge erinnern kann, die wirklich wichtig sind. Beispielsweise nostalgische Themen. Es sind wichtige Sachen, einfach auch mal zu verstehen, dass es nicht darum geht, möglichst versiert technisch sich auf dem Markt irgendwie zu positionieren. Nein, es geht um die emotionale Geschichte. An der Stelle nochmal einen sehr großen Dank an Estella. Es ist eine Künstlerin, die mir jetzt auch über Instagram mal geschrieben hat. Kannst du übrigens auch unter etikundenschmiede auf Instagram. Und wir haben uns sehr gut unterhalten genau über dieses Thema, denn sie ist selber auch Akademikerin und merkt eben, dass bei den Ausstellungen es nicht um die Kunst geht. Es geht darum, möglichst günstige Getränke auch irgendwie abzustauben und halt zu schauen, wer ist denn sonst noch da. Einfach sehen und gesehen werden. Und vor allem der Künstler, der ausstellt. Wie wird der wahrgenommen? Wird der eben genauso gut wahrgenommen, vielleicht wie die Konkurrenz. Also es ist letztendlich wirklich so ein Spießrutenlauf. Und da geht es dann auch gar nicht so um die Kunst. Und genau so sollte es eben nicht sein. Es sollte darum gehen, dass man eben die Geschichte dahinter auch teilt. Es geht ja darum, diese menschlichen Themen zu verarbeiten, die uns ja auch so menschlich machen. Und dann eben den Menschen das dann halt auch näher bringen. Weil man daraus eben auch eine gewisse Weisheit wieder auch ziehen kann. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, diese emotionalen Geschichten zu erzählen. Die Geschichte, die dahinter ist. Die Intention, das ist deine Geschichte. Und dann eben für dich selber auch herauszufinden, im Kontakt mit deinem Traumkunden, wen du auch erreichen möchtest. Deine Vorstellung von deinem idealen Kunden. Diesen dann eben auch mit deiner Kunst zu berühren. Und es ist nichts, das irgendwie spirituell an den Haaren herbeigezogen ist, dieses Konzept von einem Traumkunden. Normal nennt sich das eben Kunden-Avatar. Das wird in jeder Branche so gehandhabt. Es geht immer darum, das Produkt, das man hat, die Kunst, die man auch in deinem Fall jetzt, kann man so nennen, eben jemandem ansprechend erklärt werden sollte. Diese Kunst soll ja natürlich die Themen ansprechen, die diese Zielgruppe betrifft. Das heißt, wenn du dich da besonders ausrichten kannst, du dir ein Thema, eine Geschichte zur Basis nimmst, dann wirst du natürlich Menschen besonders ansprechen, die dieses Thema auch in ihrem Leben als ständiges Muster erkennen oder das sie vielleicht begleitet. Das heißt, es ist wichtig, dann herauszufinden, wie die diese Menschen halt auch ihre Situation selber beschreiben. Welches Vokabular nehmen sie? Wahrscheinlich nicht das Vokabular von irgendwelchen Kunstexperten oder Kunstakademikern, weil sie das nicht verstehen. Das heißt, es geht darum, eine einfache, simple Sprache zu nutzen, am besten die Sprache des Kunden, weil er sich dann eben noch besser angesprochen fühlt. Er keine Kalorien verbrennen muss, um zu verstehen, ob das für ihn relevant ist oder nicht. Und er dann dir halt auch die Aufmerksamkeit schenkt, die du eben auch für deine Kunst verdienst. Das geht aber nur, wenn man diese Menschen bewusst anspricht. Das ist im Sales, im Marketing immer dasselbe. Es geht immer darum, nicht alle Menschen anzusprechen, nicht an viele Menschen zu verkaufen, sondern die richtigen anzusprechen, die auch am Ende mit dem Kunstwerk auch zufrieden sind, wenn sie sich das Kunstwerk an die Wand hängen. Wie oft höre ich von Künstlern, die ihr Kunstwerk verkaufen für 2000 Euro und dann sind sie glücklich und dann ruft er an und sagt, du, ich bin nicht zufrieden mit dem Kunstwerk. Warum? Weil die emotionale Basis fehlt, der emotionale Anker, der dem Ganzen auch ein gewisses Gewicht, eine Substanz verschafft, fehlt. Also der persönliche Bezug, die Individualität. Deswegen ist es auch so wichtig zu verstehen, dass im gegenwärtigen Kunstmarkt es primär darum geht, einen gewissen Wiederverkaufswert zu schaffen und zum anderen die Marke des Zwischenhändlers zu stärken. Also die Marke des Galeristen, was ja nicht schlecht ist, ist ja völlig in Ordnung. Nur ist die Frage, ob du bei diesem Spiel mitmachen möchtest und ob du dich vor allem von diesen Zwischenhändlern abhängig machen möchtest, die jetzt wahrscheinlich in dieser Corona-Zeit auch danach schauen müssen, ein bisschen mehr Geld zu verdienen und deswegen sich wahrscheinlich an den Cash-Chaos orientieren, weil die halt dann auch regelmäßig verkaufen und neuen Künstlern wird da gar nicht der Zugang gewährt, weil man nicht davon ausgehen kann, dass diese sich eben auch gut verkaufen. Völlig legitim, ja, ich will da jetzt keinen Galeristen irgendwie an die Wand stellen, so. Das ist völlig in Ordnung, dass man eben auch so denkt, das ist wirtschaftlich. Nur ist es halt schwierig dann für ausstrebende Künstler in diesem gegenwärtigen System dann auch Menschen zu erreichen, die halt auch Kunst kaufen wollen. Weil diese Kunden, die über die Galerie reinkommen, sind in den meisten Fällen daran interessiert, dass dieses Kunstwerk, das da steht, nächstes Jahr mehr Geld wert ist. Weil eben über die Kunst wenig gesprochen wird, die emotionale Geschichte dahinter wird meistens auch verschwiegen, weil man halt auch die Stammkundschaft nicht irgendwie abschrecken möchte. Und so bist du halt in so einem Kreislauf, in dem du abhängig bist von irgendeiner diffusen Wahrnehmung des Kunden deines Zwischenhändlers und du wartest im Hintergrund als Produzent. Das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen geht es darum, eben diese Geschichten zu verpacken und auch zu lernen, wie man diese beschreibt, wie beschreibst du diese Geschichten. Also ein bisschen mehr in Storytelling reinzugehen und zu verstehen, wie auch Geschichten strukturiert werden müssen, damit sie eben auch den Menschen ansprechen. Du führst beispielsweise mit einem Problem oder du führst mit einer Intention, mit einer Absicht, die eben in dieser Geschichte formuliert wurde und dann triffst du auf ein Hindernis und überwindest dieses Hindernis. Die typische Erzählweise, die man immer wieder auch hört und sieht auch in Filmen und in allen möglichen anderen Medien. Deswegen da vielleicht auch mal sich ein bisschen tiefer reinfuchsen. Da habe ich auch genügend Episoden auch schon dazu aufgenommen. Zum Thema Storytelling einfach mal ein bisschen durchscrollen, falls dir das noch nicht aufgefallen ist, dann wirst du da auch was dazu finden. Aber man kann nicht einfach ohne Intention irgendwo reingehen. Ich meine, das ist genauso, als würdest du auf die Reise gehen und sagst, keine Ahnung, wo ich hingehe, ich setze mich jetzt erstmal in ein Taxi. Aber selbst dann hast du die Intention auch formuliert, ins Taxi dich zu setzen, um irgendwo hinzufahren. Aber dann musst du trotzdem wieder eine neue Intention formulieren darüber, wo es als nächstes hingeht. Also so gesehen geht es immer darum, eine Intention für sich selber zu schaffen, die halt konkurrent ist mit dem, was man für sich selber auch schaffen möchte. In deinem Fall wirst du von der Kunst leben. In deinem Fall wirst du auch einen Beitrag leisten, der die Menschen berührt und auch die Zeiten überdauert. Und das ist eben Kunst, die authentisch ist, die eben genau diese emotionalen Geschichten erzählt, die eben auch dein Kunde ständig in seinem Leben wiederfindet. Und du kannst ihnen als Guide zur Seite stehen und diese Geschichten halt toll aufbauen und dann eben ihm dabei helfen, dann auch einen emotionalen, sozialen und symbolischen Wert dahinter zu sehen, was du künstlerisch eben auch für ihn aufbereitest. Zweiter Punkt. Du hast keine Maschine in den meisten Fällen, die dir regelmäßige Anfragen generiert. Das heißt, du brauchst letztendlich ein System, das dir dabei hilft, eben regelmäßig Anfragen zu generieren für deine Kunst. Es reicht nicht, von Saison zu Saison einfach Veranstaltungen zu machen, zum Beispiel Werbeevents wie Ausstellungen. Das sind letztendlich Werbeevents für deine Kunstwerke. Da sich dran festzuhalten, weil du hast keinen Garant dafür, dass diese Menschen überhaupt kaufen wollen. Weil es meistens zwischen 30 und 40 Kontakten braucht, bis jemand sich dazu entschließt, ein Kunstwerk für einen vierstelligen Betrag zu kaufen. Das zeigen eben unsere Erfahrungswerte in der Kunstschmiedeakademie. Da gibt es sogar Kunden, die 13, 14 Monate warten, bis sie dann sagen, jetzt habe ich mich durchgerungen, jetzt will ich dieses Kunstwerk haben. Aber wie ist das möglich? Indem man erstmal lernt, wie kriege ich die Aufmerksamkeit der richtigen Kunden auf mich? Das heißt, du musst wissen, wer diese Kunden sind, was interessiert sie, wo halten sie sich auf und mit welchen Inhalten interagieren sie und wem folgen sie vielleicht bereits? Sogenannte Traumkontakte, also vielleicht so Influencer, jetzt nicht in Fitnessbranche-Sinne, dass man irgendwie so die Fitness, nee, also sowas nicht. Aber halt Leute, die vielleicht Inhalte produzieren, die auch gerne konsumiert werden von eben deinen Traumkunden. Da sich ein bisschen ansehen, was da gut ankommt. Und das als Inspiration auch nehmen für das eigene Content-Marketing, also für die eigene Produktion von Inhalten. Es hilft dir dabei, zumindest die Aufmerksamkeit zu bekommen von diesen Menschen. Was interessiert diese Menschen vor allem? Natürlich diese Probleme und Herausforderungen, die eben sie jetzt auch gerade begleiten. Das heißt, man führt mit dem Problem, man führt mit der Herausforderung, mit der gegenwärtigen Situation deines Kunden, um dann darauf zu verweisen, wie es vielleicht stattdessen sein könnte. Also die gewünschte Situation deines Kunden, das kann Inhalt sein deiner Texte, das kann Inhalt deiner Inhalte sein. Und diese Inhalte verweisen auf den nächsten logischen Schritt. Also es geht im ersten Zug, also Top of Funnel nennt sich das auch, also im oberen Bereich deines Verkaufstrichters geht es darum, Aufmerksamkeit zu bekommen. Im zweiten, im Middle of Funnel, im mittleren Teil geht es darum, Aufmerksamkeit zu halten. Das heißt, den nächsten logischen Schritt zu motivieren. Hat dir das gefallen? Dann kommentier. Dass du ein bisschen einfach auch Interaktion anrührst mehr oder weniger und auch motivierst, bedeutet, dass wenn dir jemand schon mal so ein eigenes Zugeständnis auch zeigt, also was liked, kommentiert und so weiter, je mehr er tun muss, um dir zu zeigen, dass er das, was du machst, auch gut findet, dann zeigt es natürlich, dass er bereit ist, den nächsten logischen Schritt dann auch zu gehen, der vielleicht ein bisschen mehr Energie braucht, ein bisschen mehr Ressourcen. Ganz einfaches Beispiel, du hast einen Inhalt, verweist darauf, dass sie doch gerne kommentieren sollen, wenn sie dazu eine Idee haben oder was sie dazu meinen, dann beginnen sie zu kommentieren und der nächste logische Schritt wäre für sie natürlich dann auf die nächste, auf die Website beispielsweise zu gehen, wo die Kunstwerke toll dargestellt werden und man vielleicht verweist auf den nächsten logischen Schritt. Das bedeutet, wenn jemand auf die Website geht, ist er ja daran interessiert, wie viel deine Kunstwerke kosten. Würde ich nicht auf den sozialen Medien posten, damit du eben diesen nächsten logischen Schritt auch erwähnst und auch bewerben kannst. Das heißt, weiterführende Informationen findest du wie immer auf meiner Website. Dann sind die auf deiner Website und dort wird darauf verwiesen, dass beispielsweise Raumbeispiele, Preise, Maße im Kunstkatalog vorhanden sind, den sie eben bekommen, wenn sie sich für Newsletter anmelden. Das heißt, dort geht es auch darum, die Aufmerksamkeit zu halten und sie regelmäßig mit neuen Inhalten zu beliefern, damit sie halt auch zu dir Vertrauen aufbauen und zu deiner Kunst. Also erkennen, dass du eine gewisse Fachkenntnis hast, dass du im Sinne deines Kunden arbeitest und du auch deren Themen auch interessant findest und diese eben auch verarbeitest. Und da wären wir beim Thema Integrität, die dritte Säule. Und zwar, dass das, was du als Intention formuliert hast, sich auch wieder zeigt in deiner Kunst. Das schafft sehr viel Vertrauen mit einer gewissen Kontinuität. Und umso mehr bedeutet, diese ganzen Themen und natürlich die Arbeit, die hinter deiner Kunst steckt und wie eben andere Menschen auch noch darauf reagieren, ist genau der Inhalt, den du in einer hohen Frequenz, in einer regelmäßigen Frequenz, nicht hoch, aber in einer regelmäßigen Frequenz immer wieder kommunizieren solltest, um demjenigen dabei zu helfen, im dritten Zug eine Kaufentscheidung zu unterstützen. Bedeutet, im Newsletter finden die meisten Verkäufe statt. Warum? Weil sie dort eben regelmäßig Inhalte von dir bekommen. Auf Instagram, Facebook und so weiter ist es halt nicht so einfach, weil die organische Reichweite eben begrenzt ist. Auf meinetwegen 2%, 3%. Auf Instagram ist es ein bisschen höher noch. Aber da will natürlich Instagram, dass man halt Geld investiert, um bezahlte Werbung zu schalten. Würde ich dir nicht empfehlen. Am Anfang ist es wichtig, organisch erstmal die richtigen Leute zu erreichen, um dann zu wissen, welches Konzept, also welcher Proof of Concept dir dann auch dabei hilft, zu entscheiden, welche Inhalte bewerbe ich beispielsweise mit einem gewissen Budget und für wen und unter welchen Umständen. Und dann kannst du auch davon ausgehen, dass dabei gewisse Erfolge auch erzielt werden können. Es geht ja darum, nicht viele Fans zu haben, nicht viele Follower zu haben, sondern die richtigen Menschen anzuziehen. Das können meinetwegen 20, 30 im Jahr sein, die aber deine Kunst kaufen und wieder kaufen und dich weiterempfehlen. Darum geht's. Es geht nicht darum, 10.000 Follower zu haben. Das ist voll am Ziel vorbei. Es geht nicht darum, berühmt zu sein. Es geht nicht darum, irgendwie beliebt zu sein. Das ist kein Beliebtheits-Contest oder sowas, sondern es geht darum, wirklich einen Beitrag zu leisten. Und diesen kannst du eben bei deiner Kunst besser als viele anderen da draußen. Und das ist wirklich wichtig zu verstehen, dass Kunst nicht einfach nur Deko ist, sondern wenn du dem Ganzen ein gewisses Gewicht gibst, eine Substanz gibst, die eben auch für deinen Kunden interessant ist, also die Schnittmengen aus dem, was dich begeistert und beschäftigt und dem, was ihn begeistert und beschäftigt oder sie, ist genau der Spielplatz, an dem sich eben auch deine Kunst wiederfindet und wo du eben auch wirklich bedeutungsvolle Kunst für deine Traumkunden auch produzieren kannst. Das bedeutet, dieses System ist absolut notwendig. Du siehst jetzt, das ist natürlich mit einer Kunstgalerie nicht gegeben, weil die meistens dann eben diese Kundenbindung und diese Gespräche und diese ganzen Überzeugungsarbeiten dann halt meistens irgendwie auf analogen Wege machen oder dann halt persönlich, wenn sich dafür die Möglichkeit ergibt. Und darauf können wir uns halt nicht verlassen. Es gibt viel bessere Möglichkeiten da draußen, eben auch mit dem Newsletter und so weiter, halt wirklich regelmäßig unter bestimmten Voraussetzungen halt Menschen immer wieder zu erreichen, die interessiert sind an deiner Kunst und sie dann halt so tausendfach mit denselben Inhalten, die für sie eben interessant sind, an dem Punkt eben dann auch zu beliefern. Bedeutet, jemand, der sich zum Beispiel näher für das interessiert, was du eben machst, wird wahrscheinlich auf deine E-Mails antworten. Da lohnt es sich beispielsweise, nochmal eine E-Mail rauszuschicken, einmal pro Woche zusätzlich, mit einem kurzen Blick hinter die Kulissen, um zu zeigen, woran du gerade arbeitest, ein kurzes ehrliches Video, an dem man halt auch sieht, wie dein Alltag beispielsweise aussieht. Sowas wollen die Leute wissen, sowas wollen die Leute dann halt auch, wollen die Leute halt auch sehen, weil sie dann das Gefühl haben, wirklich live dabei zu sein, dir über die Schulter schauen zu können. Und das stärkt Vertrauen, das stärkt auch Zusammenhalt und natürlich Sympathie und dann bist du auf jeden Fall auf dem besten Weg. Maschine, die Maschine ist wichtig, wenn du keine Maschine hast und das lernst du wirklich auch in der Kunstschmiedeakademie, wie man das alles aufbaut. Es ist gar nicht so schwierig, wenn man weiß, wie und dann hast du wirklich eine Maschine, die für dich läuft und dann kannst du nämlich im dritten Punkt gewisse Routinen etablieren. Wichtiger Punkt, Routinen. Die meisten Künstler haben leider keine Routinen da draußen und gerade während diesen Routinen entstehen dann halt oder hast du eben auch den Raum, um wirklich großartige Leistungen zu bringen und vor allem den großartigen Beitrag zu leisten. Und dazu gehört vor allem auch eine gewisse Marketingroutine, was ich absolut, wovon ich abrate, ist irgendwie ad hoc. Jetzt, oh, heute muss ich irgendwie einen Beitrag machen und den lade ich jetzt dann heute auch gleich hoch. Davon rate ich ab, sammle über die Woche hinweg einfach Inhalte, mach Fotos, schreib dir Notizen auf, nutz beispielsweise Evernote, habe ich auch genutzt, habe ich jetzt auch letztens erwähnt in einem Podcast. Evernote, um eben genau diese Dinge auch zu kommunizieren und auch niederzuschreiben und dann halt später beispielsweise in gewissen Kategorien zu arbeiten und zu sagen, okay, das ist Kategorie 1, wo ich ein bisschen mehr über meine Kunst erzähle. Kategorie 2, hinter die Kulissen. Kategorie 3, das ist mein Thema, der Intention, also nochmal vertieft, bisschen Fachkenntnis zeigen. Thema Nummer 4 meinetwegen, wie ich im Wohlwollen meines Kunden arbeite und genau solche Themen kannst du dann halt posten. Die kannst du auch erstmal im Vorfeld sammeln und dann meinetwegen samstags dich mal 2 Stunden hinsetzen und die ganzen Sachen vorplanen, dass du eine Routine hast und das Produzieren der Inhalte tagsüber passiert einfach so. Du nimmst einfach auch so mal Videos auf, ohne die Absicht zu haben, das sofort irgendwie zu posten, sondern einfach mal Inhalte zu haben, weil die kann man später auch zusammenschneiden, man kann tolle Videos draus schneiden lassen und so weiter. Also Marketingroutine, wirklich wichtig, weil du dir unglaublich viel Zeit auch sparst. Auch Kundenbindung, auch wichtig, dass du für dich verstehst, dass ein Kunde, der bereits von dir gekauft hat, ungefähr dreimal so bereit ist, nochmal von dir zu kaufen, als jemand, der dich überhaupt nicht kennt. Warum? Weil er jetzt ja schon Vertrauen zu dir aufgebaut hat und gegenüber deiner Kunst und dann bereits auch in der Lage war, sich selbst irgendwie davon zu überzeugen, ja, diesen Schritt gehe ich und ich kaufe von dir. Wenn er dann auch noch glücklich ist mit dem Kauf und auch noch seinen Freunden davon erzählt, dann kannst du davon ausgehen, dass er irgendwann nochmal kaufen wird. Bedeutet, um den kümmerst du dich, wie um einen Freund, ja, es geht deswegen auch darum, den Traumkunden zu definieren, damit du in dem Punkt natürlich nicht so viel Arbeit hast. Viel schlimmer ist es, wenn du dann mit Menschen zu tun hast, die dir überhaupt nicht zusagen, die dir eigentlich ziemlich gegen den Strich gehen. Deswegen ist es wichtig, da halt auch dieses Freundschaftliche im Vordergrund zu haben und eine Work-Life-Integration zu machen. Keine Work-Life-Balance würde eben bedeuten, dass du diesen Teil dann einfach isoliert siehst, sondern es muss alles miteinander verbunden sein, sodass du dich halt auch privat mit deinen Kunden auch gut verstehst, weil dadurch dann genau die tollen Projekte auch erst möglich werden. Also diese Kundenbindungsroutinen. Was passiert, wenn derjenige kauft? Wann meldest du dich wieder? Wann meldest du dich danach wieder? Was passiert, wenn du zum Beispiel noch ein neues Kunstwerk erstellt hast? Wann erwähnst du das vor deinen bisherigen Kunden? Und so weiter. Verkaufsgespräche, auch eine Routine sich zu etablieren, aufzubauen, um für sich selber zu verstehen, welche Schritte muss ich durchlaufen, damit ich überhaupt demjenigen dabei helfen kann, auch ein Kunstwerk zu kaufen. Also ein Verkaufsgespräch, ein Skript sich selbst zu erstellen. Was sage ich als erstes? Welche Themen spreche ich an? Wie finde ich heraus, welche Themen meinen Kunden interessieren an meiner Kunst eben auch? Worauf sollte ich mehr Augenmerk legen? Welche Details sollte ich im Vordergrund stellen? Was sollte ich lieber nicht sagen? Wie verhandle ich eben auch den Preis? Was mache ich, wenn derjenige mir mit Beschwerden, Einwänden oder Sorgen zum Beispiel auch entgegentritt? Wie gehe ich damit um? Wie kann ich diese Themen aufarbeiten und bearbeiten? Wichtiges Thema. Lernst du natürlich alles in der Ikonenschmiedeakademie. Dazu gibt es eben auch ein schönes Skript dazu, das du dann auch ganz genau eins zu eins so nutzen kannst. Aber zum letzten Punkt, Skalierbarkeit. Dann weißt du nämlich auch, dass du eben diese Inhalte dann auch bewerben kannst, die besonders gut funktionieren im Top-Off-Funnel, Middle-Off-Funnel oder Bottom-Off-Funnel. Und das eben für Menschen, die bereits mit dir in Kontakt sind. Und das geht alles über Facebook-Werbung, natürlich auch Instagram-Werbung. Und das ist eben ein abgesonderter Bereich, auch in der Ikonenschmiedeakademie, der nur für sehr, sehr aktive Künstler auch vorhanden ist. Sehr, sehr interessanter Bereich, über den ich vielleicht irgendwann mal sprechen werde. Das heißt, es ist nicht für jeden zugänglich. Aber ja, ich möchte trotzdem erzählen, wie es ungefähr funktioniert. Und das funktioniert folgendermaßen. Und zwar, es beginnt letztendlich mit einer Vorstellung darüber, welche Inhalte sind denn überhaupt notwendig, damit jemand eine informierte Kaufentscheidung fällt. Bedeutet, man entscheidet erstmal, welche Inhalte sollten grundsätzlich immer produziert werden. Also alles drumherum, was für das Vertrauen notwendig ist. Du musst natürlich Vertrauen aufbauen. Derjenige, der von dir kauft und der vertraut dir nicht und deiner Kunst nicht, der wird nicht kaufen. Außer er hat das Gefühl, dass die Kunst halt im nächsten Jahr vielleicht 500 Mal teurer ist oder mehr wert ist. Aber selbst dann vertraut er ja auch in deine Kunst. Da hat er eben Vertrauen in das Potenzial deiner Kunst. Da haben wir dann natürlich auch gewisse Bedürfnisse, die da halt auch noch angesprochen werden. So monetäre Bedürfnisse und Investitionen sind dann natürlich das treibende Motiv in so einer Kaufentscheidung. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja Menschen anziehen, die ja ehrliches Interesse an der Kunst haben. Bedeutet, man sollte immer nur über die Dinge halt schreiben, die dem Kunden dabei helfen, eine Kaufentscheidung zu treffen. Ein Vertrauen zu dir, gegenüber dir halt auch aufzubauen. Also eben Wohlwollen, Integrität und Kompetenz. Die drei Themen sollten immer als Kategorie für dich genutzt werden. Für Inhalte beispielsweise. Beim Wohlwollen geht es darum, was passiert, wenn du ein Kunstwerk haben möchtest von mir und es vielleicht nicht mehr und dir das nicht gefällt, wenn es bei dir ankommt. Was passiert dann? Wie wird es geregelt? Da einfach transparent zu sein. Das zeigt auf jeden Fall Professionalität und dass dir wichtig ist, dass halt auch alles in Ordnung ist und der Kunde damit zufrieden ist. Genauso auch Integrität. Was bedeutet das also, wenn die Intention, das Geschriebene, die Art und Weise, wie du deine Kunst auch beschreibst, sich widerspiegelt visuell in deiner künstlerischen Sprache? Bedeutet, die Kunst, die du machst, sollte natürlich Konkurrenz sein mit dem, was du formuliert hast in Richtung Intention. Und dann natürlich die Fachkenntnis, eine hohe Kompetenz bedeutet Fachkenntnis bezüglich der eigenen Kunst und natürlich bezüglich des eigenen Themas. Das sind auf jeden Fall genügend Themen, die du damit dann auch schon mal abspeichern und abarbeiten kannst. Wenn du Fotos machst, irgendwie die ganze Woche über und diese dann halt am Samstag beispielsweise dann vorplant für Instagram oder was auch immer. Dort kannst du dann das alles eben so vorplanen und die Inhalte dann erstmal auch testen, um auf die Facebook-Strategie zurückzukommen. Genau da beginnt der Test. Bedeutet, man hat seine Kategorien, man hat seine Inhalte und diese werden dann natürlich so formuliert und so gepostet in den Bereichen, die eben dem Kunden dabei helfen, beziehungsweise dem Interessenten oder dem zukünftigen Fan dabei helfen, den nächsten logischen Schritt zu gehen. Bedeutet, man hilft ihm dabei vom oberen Bereich des Verkaufstrichters, also Top-Off-Funnel, wo es darum geht, Aufmerksamkeit zu bekommen, dann runter, Mittel-Off-Funnel, Aufmerksamkeit halten, runter, Bottom-Off-Funnel, Kaufentscheidungen unterstützen. Ihm dabei eben zu helfen, da eben durchzukommen. Viele werden dabei wegfallen, wie bei einem Trichter. Wenn du viel reinhaust, kommt unten wenig raus. Genauso ist es eben auch mit den Menschen, die du mit deiner Werbung auch erreichst. Aber du brauchst für jeden Bereich, brauchst du dann eine bezahlte Werbung, die dir dabei hilft, dann auch zu skalieren, also größer zu werden. Bedeutet, du brauchst eine gewisse Werbekampagne, die dir dabei hilft. Neue Interessenten, neue Menschen zu erreichen, die ehrliches Interesse an dem Thema haben, das du in deiner Kunst verarbeitest. Mehr erstmal nicht. Nicht Kunstexperten oder sowas. Du brauchst nur Menschen, die an diesem Thema interessiert sind, die sich vielleicht auch mit derselben Situation gerade beschäftigen, die du jetzt auch gerade in deiner Kunst bearbeitest oder irgendein Konzept, das für dich jetzt auch wichtig ist. Diese Menschen erstmal zu erreichen und dann im zweiten Zug alle anderen zu erreichen, die eben schon mit dir in Kontakt waren. Diese Menschen wollen natürlich andere Informationen über deine Kunst, die wollen mehr über dich dann auch erfahren. Im ersten Zug geht es natürlich primär um den visuellen Reiz, um die Kunst an sich und die Geschichte dahinter. Das sollte die primäre Werbung sein für Leute, die halt dich noch nicht kennen. Im zweiten Zug wollen die Leute natürlich mehr über dich erfahren. Und im dritten Zug geht es dann darum, noch mehr in diese emotionalen Themen und natürlich auch ideale Werte und Überzeugungen vorzudringen. Und da dann auch mit Geschichten zu brillieren, die eben auch dein Kunde interessant findet. Da geht es natürlich dann auch wieder darum, eine Kampagne sich auszudenken, mit der man eben diese Menschen auch mit genau dieser Werbung erreichen kann. Wie erreicht man beispielsweise Menschen, die, sagen wir mal, im letzten Bereich auftauchen, im Bottom-up-Funnel? Das können beispielsweise Leute sein, die, sagen wir mal, sich für ein Newsletter bereits angemeldet haben und ab einer gewissen Zeit irgendwo auf einen Link geklickt haben. Du kannst am Ende, wenn du den Facebook-Pixel installiert hast, und das ist nicht ganz einfach, aber falls du das gemacht haben solltest, DSGVO-konform, dann hast du dann halt auch die Möglichkeit, diese Menschen dann zu isolieren, Facebook die Daten zu schicken und dann kannst du über Facebook genau diese Menschen wieder mit einer richtigen Werbung beliefern, die für ihre jetzige Situation und für ihren jetzigen Zustand als potenzieller Kunde dann halt auch entsprechend passend ist. Dass es halt auch angenehm ist für ihn, diese Informationen dann zu verarbeiten und auch zu konsumieren. Weil du willst ja keine privaten Geschichten über jemanden lesen, den du nicht kennst, auch irgendwelche Überzeugungen und Werte und sowas. Das ist eher schwierig, außer es hängt ganz tief zusammen mit dem Kunstwerk, das du halt präsentierst. Und dann kann man halt weiter graben. Wer ist die Person? Und dann, was ist die Arbeit dahinter? Blick hinter die Kulissen. Das sind dann die Dinge, die dann eher auch in den Newsletter gehören. Oder eben in die Werbekampagne, die sich damit beschäftigt, sogenanntes Retargeting zu machen und zwar Menschen zu erreichen, die bereits in Kontakt waren mit deiner Werbung, aber halt sich noch nicht dazu entschlossen haben, von dir zu kaufen. Wenn du da noch weitergehen möchtest, dann kannst du natürlich auch noch eine gewisse Werberoutine machen, die du auch bezahlt ablaufen lassen kannst für eben deine bisherigen Kunden. Das bedeutet, man kann ihnen zum Beispiel sagen, klick hier auf den Link, dann wirst du auch in meiner Werbekampagne, wirst du in meinem Werbesystem, wirst du auch als Kunde verzeichnet und dann kannst du eben extra Werbung machen für Kunstwerke beispielsweise, die noch nicht der Öffentlichkeit gezeigt wurden und dann kannst du das eben auch so ausweisen als recht auf den ersten Blick. Hier, mein lieber Sammler, hier hast du mein neues Kunstwerk, daran arbeite ich gerade, es ist bald fertiggestellt und ich wollte dich als erstes daran teilhaben lassen, bevor alle anderen darüber erfahren. Also das Exklusive kannst du damit eben auch noch ansprechen oder du machst es eben über einen nicht bezahlten Weg und zwar über eine Segmentierung durch den Newsletter-Dienst. Bedeutet, du kannst dort eben auch Menschen in gewisse Gruppen sortieren und beispielsweise deine Kunden dann auch in eine Kundengruppe oder Sammlergruppe und denen halt dann auch gesonderte E-Mails schicken, die halt dann auch passend sind für sie. Etwas, das halt besonders für sie interessant sein könnte. Deswegen wichtig an der Stelle zu verstehen, dass nicht alle gleich behandelt werden sollten. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber nicht jeder will dasselbe haben. Und gerade wenn ich dich nicht kenne, dann will ich halt andere Informationen über dich, als wenn ich dich schon kenne. Und deswegen ist das auch auf jeden Fall eine sinnvolle Herangehensweise, um dann auch zu skalieren, weil diese Werbungen, die Werbung, die zum Beispiel dir neue Interessenten bringt, neue Fans, die Werbung, die eben Menschen dazu motiviert, sich für Newsletter anzumelden, die Werbung, die die Menschen dazu motiviert, auch zu kaufen, da kannst du natürlich dann dein Budget einfach erhöhen. Und dann kannst du am Ende an den Statistiken herausfinden, wie viel kostet dann es mich überhaupt, einen neuen Kunden zu generieren. Und das ist dann schon wieder High-Level-Marketing, das geht dann schon ein bisschen ins Technische, das wird dann schon ein bisschen anspruchsvoller dann auch. Und das ist natürlich auch Teil der Ikonenschmiede-Akademie in der Zukunft. Sowas wird jetzt noch eingebaut, weil das natürlich sehr umfangreich ist, aber du weißt auf jeden Fall an der Stelle eine Sache ganz sicher. Diese Skalierung brauchst du nicht. Du kannst es auf jeden Fall auch organisch. Bedeutet, du kannst Menschen auch so erreichen und du kannst Menschen auch so eben auch deine Kunst verkaufen, indem du halt eine Maschine hast. Aber davor kommt die Intention. Warum? Für wen? Wozu? Welche Wirkung? Welche emotionale Geschichte? Wie beschreibe ich die? Dann die Maschine, die eben in drei Phasen denjenigen in unterschiedlicher Art und Weise behandelt und ihm dabei hilft, eine vernünftige Kaufentscheidung zu fällen. Diese Maschine besteht aus deinem Newsletter, aus deiner Website, deinem Social-Media-Kanal. Es kann aber auch sein, dass du gar kein Social-Media nutzt und auf anderem Wege, über Magazine oder was auch immer, auf dich aufmerksam machst. Kann auch funktionieren. Ich empfehle halt Social-Media-Website und Newsletter. Und dann im zweiten Zug, im dritten Zug eigentlich, dann die bezahlte Werbung, wenn man sich da auch vortrauen möchte. Aber eigentlich ist besonders wichtig im dritten Zug, dass man eine Routine hat, mit der man eben seine Marketinginhalte produziert. Also nicht ad hoc, oh, heute, das ist ein tolles Foto, das poste ich heute. Nee, nee, nee. Mach dir Gedanken, was du schreibst. Mach dir Gedanken, wann du es postest und mach dir Gedanken, was du vielleicht noch, ja, wie du da verlinken könntest und so weiter, was du vielleicht im Vorfeld machst. Ob du das vielleicht nicht ankündigst in deinen Storys und so weiter. Mach dir da ein bisschen Mühe auch, gib dir da Mühe und dann wird es auch dir einfacher fallen, mit weniger Inhalten auch tolle Inhalte zu produzieren und eine tolle Erfahrung für deine bisherigen Fans und potenziellen Kunden. Auch die Kundenbindung an sich ist natürlich entscheidend. Also auch, wie gehe ich mit jemandem um, der bereits von dir, von mir gekauft hat. Demjenigen muss man natürlich auch wieder begegnen. Ihm vielleicht auch mal eine Postkarte schreiben zum Geburtstag oder sowas. Oder auch einfach mal eine Flasche Wein schenken oder sowas. Es ist immer wichtig, dass man da den Kontakt hält. Das macht wirklich viel aus. Die Kundenbindung ist entscheidend. Deine Kartei mit deinen Interessenten und mit deinen bisherigen Kunden ist sehr, sehr wertvoll. Behandle das eben auch so. Wichtig. Auch die Verkaufsgespräche sich vorstellen, auch vorstellen zu können, welche Phasen durchlaufe ich? Wann? Wie mache ich das? Welche Fragen stelle ich? Wie gehe ich mit gewissen Einwänden um? Ich kann mir das nicht leisten. Das ist mir zu teuer. Was sagst du da? Das bedeutet ja nicht nur, weil er sagt, das ist mir zu teuer, dass er nicht kaufen will. Weil sonst würde er ja sagen, er will nicht kaufen. Aber er sagt, das ist mir zu teuer. Also ist das eben ein Einwand. Und damit kannst du eben umgehen. Wie du das machst, lernst du natürlich in der Ikonenschmiede Akademie. Auch mit unseren Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Alles auch erreichbar in unserer E-Learning-Plattform, die du auch über unsere App dann auch nutzen kannst. Alles dazu erfährst du auf ikonenschmiede.de-akademie. Und mit diesen Worten möchte ich dann auch gleich diese Episode abschließen. Ich hoffe, das war hilfreich für dich. Ein bisschen längere Episode. Falls du auch mal eine Frage haben solltest, die ich dir beantworten kann und soll, dann schreib mir doch unter at ikonenschmiede auf Instagram. Und ich freue mich dann natürlich, diese vielleicht auch mal für dich in einem Podcast ausführlich zu beantworten. An der Stelle nochmal ein Shoutout und ein Gruß an die Estella. Vielen Dank für den Hinweis zum Thema. Emotionale Geschichten fehlen bei den Ausstellungen, auch gerade bei den Akademikern. Weil genau das ist ein Problem. Denn die Geschichten, die erzählt werden müssen, die müssen erzählt werden. Das ist ja das. Ich meine, man hat ja einen gewissen Grund, weswegen man Kunst macht. Und den sollte man auch teilen dürfen. In dem Sinne, ich wünsche dir den Erfolg, den du dir wünschst. Und wir hören uns morgen in der nächsten Episode. Bis dann. Ich wünsche dir den Erfolg, den du dir wünschst.